Herzlich Willkommen beim Touchdown Frankfurt, RTL, NFL, Family Fan Fest. Die Stimmung ist grandios, die Leute kommen hier voll auf ihre Kosten und wir haben gigantisches Wetter und freuen uns auf den Tag. Also mir gefällt es sehr gut, wir sind jetzt gerade einmal hier, laufen wir die Runde, um zu gucken, was man so machen kann. Wir waren jetzt hier schon beim Touchdown und haben schon ein bisschen geworfen und macht Spaß, finde ich cool für die Kinder, dass sie das auch mal sehen, ja. Die Maskottchen waren da, man konnte mit den Säckchen in die Löcher schmeißen, Kotes konnte man machen und Karten gewinnen. Ich habe sehr viel gemacht, sehr viel für die Familie, für die Kinder, ich finde es sehr schön, das Wetter passt, es ist perfekt und ich freue mich auf die Saison, es ist schön, dass es wieder losgeht und ich finde es auch schön, dass in Deutschland mehr gepusht wird jetzt.